Am 20. September, dem Weltkindertag, übernehmen bei NDR Kultur Kinder die Mikrofone. Und zwar Kinder von drei katholischen Schulen in Hamburg. Hallo liebe NDR Kultur-Hörerinnen und Hörer. Am Mikrofon sind jetzt Nella, Lian, Fanny und Bruno. Alle aus der Schule St. Marien in Hamburg-Ottensinn. Das ist eine Aktion des Kulturforums 21 gemeinsam mit NDR Kultur. In den Klassen wurde dieser Besuch gründlich vorbereitet. Wer Mozart und Schubert waren und das Presto schnell heißt, wissen die Kinder jetzt. Die Drittklässler der katholischen Schule St. Marien wurden von Lehrerin Daniela Fortmann vorbereitet. Das ist ja eine großartige Erfahrung hier im Funkhaus zu sein und selber etwas aufzunehmen und sich am 20. September dann im Radio zu hören. Ich denke, es ist immer wichtiger, wenn man das direkt vor Ort erlebt und nicht nur in der Theorie darüber spricht, wie wird Radio gemacht, was passiert da überhaupt. Das selber zu erleben ist immer das A und O. Na klar, die Technik, die tausend Knöpfe und Lichter, das war schon spannend. Aber der Job der Kinder ist das Moderieren, das Sprechen ihrer Texte. Die Kinder kamen gut vorbereitet, sehr zur Freude von Moderator Stefan Sturm, der noch für den Feinschliff sorgte und hofft, dass so ein Besuch hilft, Kinder an die klassische Musik heranzuführen. Ja, auch. Also wir bemühen uns sehr, mit mehreren Sendungen Kinder für Klassik zu interessieren. Das erreichen wir natürlich nicht alleine. Also wenn Kinder jetzt Mozart hören, Beethoven hören, ohne darauf vorbereitet zu werden, dann glaube ich, klappt das nicht. Da sind wir angewiesen auf die Schulen und auf die Eltern. Da gibt es ja ganz viele Projekte, auch in Hamburg, jedem Kind ein Instrument. Ich glaube, wenn alle zusammen an einem Strang ziehen, dann erreichen wir das aber auch mit diesem Projekt. Denn Kinder, die sich vielleicht vorher mit der Klassik noch nicht so beschäftigt haben, haben das jetzt mit diesem Projekt und hatten ein gutes Gefühl bei uns im Studio. Und ich hoffe, dass sie dann Klassik mit einem guten Gefühl verbinden. Kinder brauchen Zeit, heißt das Motto des Weltkindertages 2012. NDR Kultur schenkt Kindern Sendezeit. Am 20. September von 9 bis 19 Uhr. Das Besten ist es, wenn wir es nicht erzählen, sondern die Musik hören. Tja, 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 tja. Weitere Taunen. Jetzt die Musik hören, bevor vi Grid jetzt die Sache und das ket IG. Tja, tja, tja. Tja, 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 tja. Tja, 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 tja. Vielen Dank.